Aua! Man, ich schlaf... Mann, ich schlafe hier! Entschuldigung! Weißt du, ich hab sowieso Sorgen, wie du das bis zur Nachsch... Nachschlussprüfung alles abholen willst... Ja... Das Spiel heißt... Nochmal gleich... Dieser... Kein Problem! Dieser Scheiße! Sorry! Kein Problem! Und wenn sie sich jetzt noch den Stock aus dem Arsch zieht... Kannst du mal aufhören zu lassen? Ja... Muss ich mir die nicht doch erst geben? Ja, genau! Überdies, übergabe nochmal... Das Spiel spuckt, ne? Mh... Mh... Weißt du, ich hab sowieso Sorgen, wie du das bis zur Nachsch... Mann! Wuhu! Yeah! Das wären die besten Ferien ever! Aber... Na gut! Na gut! Ja! 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 So! Küssen! 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 Und ihr schafft's nicht! Komm schon! Küssen! küssen 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 oder den angeschweiß von nelson mal und ist in der vorrunde absolut über sich hinausgebracht wir warten auf die jahre wo sie denn die flasche zu suchen was möchtest du zum pausen schnäck und achtung und jetzt aber treffen alle bitte ich habe sowieso sorgen wie du das bist da sieht man nämlich die übereinstimmung zwischen juden und pascal weißt du ich habe sowieso sorgen wie du das bis zur abschlussprüfung alles aufholen willst